Und wir waren im Hotel und ich sehe da so ein Auto ranfahren, ein Taxi und Oliver Kalkhofe steigt aus. Sag ich, was hast du denn hier? Ja, ich habe hier heute ein Sinclair-Event. Und sag ich, na wir sind jetzt in der Langs-Hess-Arena gleich und dann haben wir uns nach unserem Auftritt in der Langs-Hess-Arena, war er dann auch nach seinem Event wieder da, Dietmar Wunder und Hennis Bender und haben uns tierisch gefreut, haben noch eine Stunde gequatscht im Hotel und sozusagen den Abend da ein bisschen ausklingen lassen. Und ich hatte ja schon in Sinclair Hörspielen mitgesprochen, aber ein eigenes Hörbuch davon habe ich nicht aufgenommen. Das fand ich aber sehr, sehr spannend, ehrlich gesagt.